Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge City Skyline. Wir versuchen die Stadt weiter auszubauen. Kulturell brauchen wir wieder für Eiwohner. Von daher werde ich mal hier ein paar Möglichkeiten schaffen. Ich nehme um einen, an denường, der sich. Denken, denooo, der sich. Denken, den座ernował sich. Der sich aus. Denken, den opinnen Sie. Wir schauen uns eigentlich die Stadt überlebt. Wenn wir das hierher hören, weinen mehr für die Stadt. Wir sehen uns nicht. Die Stadt weiterbauen. Wir sehen uns nicht. so so kann ein paar wohnen einziehen Das wird talk. Nicht genügend Treibdorf, Wasser, wo sind die Puppen zu schwach, nö. Eigentlich haben sie Wasser. Ha, nicht angeschlossen. Jetzt haben sie Wasser. Ja. Dann werden wir auch mal einen Kreisverkehr bauen. Auch wenn es schwierig wird. Jetzt nehmen wir mal die Straße weg. Ja. 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 das gefällt mir nicht aus der kreuzung tut es die eisenbahn auch die karte frei die wieder gebaut hat das klappen würde klebert kreuzung das wäre im grunde ein einfacher kreisverkehr das spannt nur weiter große und kleine Das wird kreisen. Kleine. Da ist die Bahn. Ich kann mich auf den Nachbauen. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Wir haben ja noch Platz. 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 Wasser. Schwarz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020